So, und jetzt reden wir mal über Geld. Stellen Sie sich folgende Schlagzeile vor. 16 Milliarden Euro Steuergeld, futsch, mindestens. Das gäbe eine Empörung, oder? 16 Milliarden Euro. Um es mal bildlich zu machen, davon könnte man ungefähr eine Elbphilharmonie, den Berliner Flughafen und Stuttgart 21 bezahlen. Nur in diesen Fällen hat man wohl am Ende was davon. In der Elbphilharmonie spielt ja inzwischen sogar Musik. Aber die 16 Milliarden, von denen hier die Rede ist, wären einfach weg. Warum es keine Aufregung darüber gibt? Naja, weil dieser Verlust so kompliziert und so versteckt abläuft, dass es der Normalbürger gar nicht mehr mitkriegt. Stefan Buchen und Nils Naber erzählen Ihnen von diesen mindestens 16 Milliarden Euro. Dieses Schiff trägt nicht bloß Container. Die Landau Arrow schleppt auch einen Teil des größten Schuldenbergs mit, den Politiker und Banker im Norden Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg aufgetürmt haben. Unangenehm also, wenn herauskommt, was es mit der Landau Arrow auf sich hat. Deshalb geben die Landesregierungen in Hamburg und Schleswig-Holstein dazu wenig Preis. Jörg Köpping ist offen und ehrlich. Er lässt uns auf das Schiff. Der Räder kaufte die Landau Arrow vor 10 Jahren für sein Unternehmen auf Kredit. Die ganzen Kalkulationen und so weiter waren eigentlich so, nach 10 Jahren sind die Schiffe frei von der Finanzierung. Den Kredit bekam Räder Köpping von der HSH Nordbank. Dieses Jahr sollte das Schiff eigentlich abbezahlt sein. Wie viel ist denn dieses Schiff wert? Ich würde so schätzen, 3 bis 4 Millionen Dollar. Und wie viele Schulden sind noch da drauf? Circa 15 Millionen Dollar. Eine ernüchternde Bilanz. 15 Millionen Dollar Schulden. Dafür stand eigentlich das Schiff als Sicherheit, falls der Kredit nicht mehr zurückgezahlt wird. Doch das Schiff ist nur noch 3 bis 4 Millionen Dollar wert. Das bedeutet einen Verlust von 11 bis 12 Millionen Dollar. Den muss die Landesbank tragen. Dass dieses Schiff mal tilgungsfrei sein sollte, das kann ich mir nicht vorstellen. Er wird also ein bisschen am Land Schleswig-Holstein und Hamburg hängen bleiben. Hängen bleiben, ja. Das ist so. Politiker und Bankmanager wollen sich zu den Schulden der Landau Arrow nicht äußern. Dabei hatte einst die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein den nun faulen Kredit gewährt. Wie das Schiff heute intern bewertet wird, bleibt Bankgeheimnis. Professor Martin Hellwig hat sich intensiv mit der HSH befasst. Er bemängelt, die Bank wolle ihren Warenzustand verschleiern. Zu welchen Werten stehen die Papiere, die Forderungen in den Büchern? An dem Punkt, wie werden Kredite bewertet, da liegt die eigentliche Intransparenz. Wäre alles nicht so schlimm, wenn die HSH-Nordbank nur das Geld für ein Schiff verlöre? Weltweit sind aber rund 850 von der HSH finanzierte Schiffe nicht abbezahlt. Und das hat einen Grund. Heute sind viel mehr Schiffe auf dem Weltmarkt, als gebraucht werden. Mit ihnen lässt sich nicht mehr genug verdienen. Deshalb haben sie dramatisch an Wert verloren. Wenn die Kapazitäten einmal da sind und es sind zu viele davon, kann man in dem Markt kein Geld verdienen. Das hat die HSH nicht bedacht? Es scheint so. Auch Räder Jörg Köpping verdient zu wenig mit dem Containertransport. Die Landesbank bleibt also auf den Schulden sitzen. Das Absurde, die Lantau Arrow ist technisch in einem Top-Zustand. Dennoch ist sie kaum etwas wert. Drei, vier Millionen ist ja quasi der Schrottwert, oder? Ja, eben drüber. Eben drüber. Knapp über dem Schrottwert? Knapp über dem Schrottwert. Die Erwartungen waren einmal ganz andere. Bei Köpping und bei der HSH-Nordbank. Vor zehn Jahren herrschte Euphorie in der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Prognosen für die Schiffsmärkte zeigten steil nach oben. Die Bank wollte größter Schiffsfinanzierer der Welt werden. Mit voller Rückendeckung der Politik. Die Führung der Bank versprach das Blaue vom Himmel. Die Renditen sind doch weit über dem Durchschnitt der Aktienmärkte. Die Aktienmärkte hatten eine durchschnittliche Rendite von 15 Prozent. Und die Schifffahrtsmärkte mehr als doppelt so viel. Die HSH-Nordbank vergab einen Schiffskredit nach dem anderen. Gesamtvolumen 36 Milliarden Euro. Es lief wie geschmiert zwischen Bank und Rädern. Reda-Jörg Köpping hat alles hautnah miterlebt. Die Euphorie und das leicht zu habende Geld. Wie schwierig war das eigentlich, Kredite von der HSH-Nordbank zu bekommen? Es war ganz einfach. Man wurde sogar noch gefragt, ob man vielleicht mehr Schiffen machen konnte. Die HSH-Nordbank hatte Interesse daran, möglichst viele Kredite abzuschließen. Die Leute wurden offensichtlich danach bezahlt, wie viele Kredite sie vergaben. Und HSH-Nordbank hat sich vielleicht zu sehr darauf verlegt, der große Schiffsfinanzierer der Welt zu werden. Und die Frage, was passiert, wenn das Ganze schief geht, hatte sich nicht gestellt. Es geht schief. 2008 kommt die Finanzkrise, der Handel bricht ein. Gleichzeitig werden immer weiter Schiffe gebaut. Im Hamburger Hafen müssen Frachter stillgelegt werden. Die HSH steht am Abgrund. Aber die Bank tut so, als könne sie die Krise schnell überwinden. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank berichtet uns Erschreckendes. Zwar habe man intern mit Milliardenverlusten durch faule Schiffskredite gerechnet. Aber nach außen habe man die Prognosen positiver dargestellt. In bankinternen Unterlagen von 2009 steht, der Öffentlichkeit müsse eine konsistente Story für den Schiffsmarkt verkauft werden. Politiker wie der damalige Hamburger Finanzsenator Freitag glauben das wohl nur zu gern. Im November 2008 behauptet er unverdrossen, die Schiffsfinanzierung gehöre weiterhin zu den Stärken dieser Bank. Freitag ist nicht mehr im Amt. Aber bis heute erntet er Verständnis. Die schlechten Schifffahrtskredite, die heute die Bank unter Wasser drücken, waren im Jahr 2008, 2009 nicht auf dem Radarschirm. Weder der Aufsicht, noch der Bank, noch sonst irgendwelche Experten. In Wahrheit zeichnete sich die Dauerkrise längst ab. Es war klar, dass aufgrund der Borders, die bis Mitte 2008 an die Werften gegeben worden waren, also die Werften in Korea vor allem, bis 2012, 2013 immer neue große Schiffe auf den Markt kommen würden. Und das hätte man damals schon wissen können? Das hätte man damals wissen können, wenn man, ich will es mal böse formulieren, in Deutschland nicht immer wieder stolz darauf wäre, nichts von Ökonomie zu verstehen. In Hamburg reden sich die Wirtschaftskapitäne erstmal ein, die Verluste seien vorübergehend. Es gehe bald schon wieder aufwärts. In dieses Horn bläst auch ein bekannter Räder der Stadt. Ich glaube nicht, dass wir relativ geschwächt aus dieser Krise hervorgehen werden, sondern relativ gestärkt. Man darf eben diesem Verlust gar nicht ins Auge schauen, weil dann, wenn wieder Schiffe gebaut werden, wenn die maritime Wirtschaft insgesamt wieder auch sich nach vorne bewegt, dafür ist die HSA Nordbank unverzichtbar. So schrecklich wird's mit den Kosten schon nicht werden, beschwichtigt auch der erste Bürgermeister. Ich habe im Rathaus eine ganze Reihe von Gespenstern vorgefunden, die da rumspuken. Zwei ganz besonders große, das eine hieß Elbphilharmonie, das andere war die HSA Nordbank. Beide sind jetzt eingesperrt. Alles unter den Teppich kehren und im Nachhinein hat man halt Pech gehabt. Und vor allem die öffentliche Diskussion vermeiden. Dann meinen Sie, die Politiker haben keinen reinen Wein eingeschenkt, wie hoch die Verluste sein werden? Ja, oder vielleicht hatte man einfach Illusionen. Seit Illusionen nicht mehr helfen, versuchen die Politiker, das Problem diskret abzuwickeln. Sie verschieben einen Teil der faulen Kredite in eine extra dafür gegründete Anstalt mit umständlichem Namen. Portfolio Management AÖR. Eine Art Bad Bank. Auch Köppings Schulden stecken jetzt da drin. Wir haben gar nicht viel davon gemerkt. Wir kriegen ein kleines Schreiben. Das war eine E-Mail. Demnächst alles AÖR. Und die Leute, die bei der AÖR sind, kommen auch von der HSH. Also kein großer Unterschied. Köpping weiß, Schulden verschieben löst nicht das Problem. Er ist ehrlich. Wer trägt die Verluste am Ende? Das leidens mit tut, wahrscheinlich der Steuerzahler. Der Steuerzahler? Ja. Die Finanzministerin in Kiel wird angesichts des Desasters demütig. Wir können heute noch nicht sagen, wie der Totalverlust ist. Aber in der Sache ist es so, und das ist absolut ärgerlich, dass auf beide Länder milliardenschwere Verluste zukommen. Auslasten der Vergangenheit. Das ist verdammt schwer zu erklären und belastet auch beide Länder sehr. Der Verlust summiert sich auf mindestens 16 Milliarden Euro. Bittere Wahrheiten, die man auf dem Nationalen Maritimen Kongress in Hamburg lieber umschifft. Die Bundeskanzlerin redet lieber über etwas ganz anderes. Die wenigen Räder, die hier sind, lassen sich nicht gern auf die hohen Schulden ansprechen. Das ist eine strategische Entscheidung der Bank gewesen. Da haben wir im Räder ja nichts mit zu tun gehabt, wenn man sagt, wir wollen die größte Schifffahrtsbank der Welt sein. Aber Sie haben ja davon profitiert. Also es gibt viele Banken, mit denen wir Schiffe finanziert haben. Die Banken haben davon profitiert und sie haben uns ja auch ermutigt, Schiffe zu bestellen, weil das Geschäft über Jahrzehnte hervorragend gelaufen ist. Ein paar Meter weiter ist der HSH-Mann fürs Shipping-Geschäft. Erklärungsversuche. Wir haben damals auf Basis der Erwartungen gehandelt, die man für den weiteren Verlauf der Schifffahrt hatte. Die waren falsch? Die waren, wenn man das Ergebnis betrachtet, falsch, ja. Wen machen Sie dafür verantwortlich, dass das Ganze so gelaufen ist? Dazu möchte ich nichts sagen. Von dem jetzt schon bekannten Verlust hätte Hamburg 20 Elbphilharmonien bauen können. Vielleicht auch mehr. Denn solange Schiffe wie die Lantau Arrow herumfahren, stehen die endgültigen Verluste noch gar nicht fest. Die Rechtfertigung der Politik? Wir haben uns immer bemüht. Kein Senat hat in den vergangenen acht Jahren das Thema schleifen lassen. Im Gegenteil, es sind sehr hohe Energien eingesetzt worden und aufgewandt worden, um die Risiken für die Steuerzahler in Hamburg und Schleswig-Holstein so gut es geht zu minimieren. Hat die Stadt Hamburg als Eigentümer der Hasernotbank versagt? Nein. Vielen Dank.